hallo und herzlich willkommen zurück bei A Geberation und ich habe hier etwas aufgeräumt also ich habe jetzt ein bisschen im offen gebracht naja super ok nehmen wir mal um zum beispiel meine ganzen bulb docks mal einen namen zu geben sie durchzuleveln ihnen hüte aufzusetzen die haben jetzt alle oder fast alle haben jetzt hier einen plackhelm auf das heißt sie haben 100 verteidigen mal schauen ob das hilft es sind übrigens momentan 27 bulb docks so dann hätten wir noch unsere avenger das haben wir vier stück dann hätten wir unsere raptoren auch die sind jetzt alle durch benannt und so weiter und so fort da fehlen aber noch ein sattel ein kanu sattel fehlt noch und eine avenger sattel fehlt noch schauen wir mal ob wir irgendetwas davon bauen können vorher ist mir glaube ich das heil ausgegangen haben wir gedacht das ist nicht wirklich spannend das können wir mal aufmachen so was haben wir da da haben wir den kanu sattel schauen wir mal ob wir den alles da haben nein das heißt was fehlt uns wissen wir nicht dann hätten wir noch ok das sind nicht da drinnen wir hätten noch einen raptor den kann ich machen wo ist denn da aha da nicht da ist er wahrscheinlich zu wenig heil ok machen wir mal zu können wenigstens den raptor den sattel geben so dass wenigstens du auch jetzt ein sattel hast so ihr seid alle leer oder mehr auf fast schon wieder zwei level oh man der hat 14 level ok dann müssen wir mal da level vergeben ihr raptürchen bei irgendeinem habe ich vorher leider stamina vergeben weil ich glaubt habe ich bin im inventar von bulb dog ich war aber dann die wahrheit in einem raptor ihr schaut es aber gut aus so moment ihr seid jetzt die gruppe drei glaube ich oder also ui entschalten genau gruppe drei bitte folgen bräuchte einen bulb dog habe ich einen ne ich habe keinen auf der schulter einen bulb dog nehmen wir dich da komm mit und dann lass mich hier hoch heilen ja es geht doch schön genau ja schaut doch gut aus mir fehlt mein moshops ich finde ihn schon wieder nicht ich fürchte der ist schon wieder runter geflogen das heißt ich muss früher oder später doch die ganze fläche irgendwie einzäunen auf der er rennen darf dann suche ich permanent nur moshops so die ihr seid alle geheilt gell aus der pflanze kriegt man auch samen raus aber das machen wir nicht jetzt sondern irgendwann irgendwann stehen bleiben dankeschön so ja gerade beim kleinsten fehlt mir noch der sattel mit denen war ich dann noch ein bisschen farmen man sieht sie dann an fürchte ich komm mit gut gut dann schauen wir mal hast du was drinnen ja du hast viel stein ein bisschen dinge ähm da rein da rein das geben wir jetzt auch mal da rein und der rest von dem was du drinnen hast komm rüber genau so muss da rein gibst mir einfach mal alles und ich drehe mich um und gebe das heute wenigstens mal da rein so ja haben wir noch ein bisschen Metall ich könnte mir ein paar Zipplines machen weil mit denen wollte ich nicht rum experimentieren ich kann aber auch zuerst einmal mein Werkzeug reparieren weil das ist ziemlich hinüber äh ne nicht neu bauen sondern reparieren es fehlt mir dafür kannst du wieder kein Wood ziehen oder was wahrscheinlich so man sieht bevor wir den Revenger gekillt haben also bevor ich diese Chaos Folge danach gemacht habe habe ich ordentlich gefarmt ne das fehlt nicht Halt fehlt hab ich echt gar kein Halt mehr durch den Sattel schaut fast so aus dann brauchen wir ganz dringend Halt rein du zwei Leben du bist gelabelt ist vielleicht ein bisschen viel zum Drang oder ja komm mal mit rein da hinein da da gut, das braucht eigentlich nicht da rein das könnten wir auch da rein tun ähm wieso kommt es hier zwei nicht? es hat ja nur ihr zwei und mit den beiden äh, Modify ne Options, ne OS Settings, nein war so klar eigentlich solltet ihr überall auf Medium stehen Behavior Medium so, da bist du kleiner, genau einmal da rein das geben wir einmal da rein so, damit bist du auch leer du bist leer du bist leer und du bist leer sehr gut, dann kommt es mit da hinten habe ich eine Ratte gesehen ja, was die Ratte angeht habe ich mich gespoilert ich habe einfach mal ruhig das Infovideo geschaut weil ihr so gekommen seid mit von wegen das wirst du nicht schaffen okay, auf die Idee wäre ich vielleicht wirklich nicht gekommen da habt ihr recht aber auf der anderen Seite habt ihr euch damit ein paar lustige Versuche verdammt was rennen da unten rum na, rot ist scharf okay hast du gerade einen Samen ausgespuckt? ne du bist nur aus und eingefahren okay ich habe, wie gesagt den Mosch habe ich noch nicht gesehen ich habe keine Ahnung wo er runter ist schaut voll cool aus da unten ich habe das Gefühl es wird nicht leicht sein aber egal so ich wollte mir Ziptinger bauen also wo sind sie waren die im Inventar ne, da mach mal sechs Krafter weil die kann man jetzt benutzen ich meine die könnten man auch vorher benutzen aber jetzt macht es richtig Sinn so wo sind sie denn? da gehen wir auf einen Crossbow da nehmen wir uns eine funktionierende und haben wir noch eine Axt die haben wir da so da haben wir ein bisschen Narkotiks da rein da rein und das auch da rein die Bulb Dogs haben jetzt alle ungefähr 1000 Leuchtfähigkeit danach haben sie ein bisschen Leben von mir gekriegt und die Aufladungsrate erhöht bekommen einfach göttlich oder? okay so und ich nehme jetzt mal die Revenger meine Rudel das wäre diese Gruppe genau ich habe die alle jetzt in Themengruppen gesteckt jetzt habe ich es hoffentlich leichter oh da ist eine Ratte aber ich habe noch keinen Honig oh 16 Jungs dann warten wir bis es wieder rauskommt ja hat nur Grün und Blau aber ist egal liegt es noch da? ja so welcher von euch ist denn jetzt schon wieder der Rudelanführer? wo ist denn der? da ich muss dem echt mal Moment das können wir droppen droppen komm mal her ich habe da doch dieses Rivenger schauen wir uns das mal an wo ist denn schaut doch edel aus verpaaren könnten wir die auch einmal bevor es mal drauf gehen oh ich glaube der Platz ist heller leuchtet ob wir da hochkommen ich weiß es nicht so probieren wir sie mal Nummer 5 ich habe mir jetzt generell Fadenkreuz eingeschalten ok ich fürchte das geht nicht oh Gott komm mal aber die Frage ist wohin Moment mal ich habe gesehen dass wir es zuerst auch da her da ist überall rot das ist immer nicht gut schreck mich doch nicht zu Santa kriegst du überall nur rot ist zu weit ich habe Kann ich das jetzt wieder abbrechen? Aha, jetzt ist es aber kaputt, okay. Also da mal nicht. Gut, dann probieren wir es mal anders. Probieren wir es mal hier. Machen wir uns noch welche, solange es Erdböwen gibt? Ja, ich weiß. Moment. Mach noch mal sagen wir mal ziehen. Keine Ressourcen dafür. Sagen wir mal 5. Grafter. Na komm. Ich mag diese Weihnachtsmusik trotzdem noch immer. Mal ganz abgesehen davon, dass die Musik von ARK einfach gut ist. Oh, war ne paar. Ich habe ein Level Up. Machen wir es mal so. Dann kam jetzt mehrfach da hin, weil es schon auf Level 15 ist. Jetzt weiß ich nicht, was das war. Schauen wir mal nach. Die Leiter war das, das weiß ich. Oh. Gena. Die kleinen Winkepicks haben wir. Das haben wir auch schon gelernt. Noch fehlt mir, glaube ich, noch Zementpasta. Den haben wir zwar gelernt, aber... Red Gams... Schön. Das werden wir noch lernen. Die Krapplinghooks. Wenn ich ihn finde, könnte ich ihn damit hochziehen. Wäre natürlich eine Idee, ja? Damm, damm, damm... Den Rollerzettel könnten wir auch schon. Den Glidersuit könnten wir. Das müssten wir auch alles haben. Ja, die Nacht ist um. Ich habe eine relativ kurze Nacht. Finde ich aber jetzt nicht wirklich schlimm. So. Also... War der da? Nein? Achso, ich war hier drin. Ich habe jetzt das hier. Ach, da fehlt mir wahrscheinlich auch Heid. Okay. Ich möchte mir 100 von denen hier herstellen. Machen wir da nochmal 100? Geht sich noch nicht so aus. Gut. Dann möchte ich Krapplinghooks. Da sind sie. Drei. Craften. Ich habe nur gedacht, falls ich hier Maushoops finde. Inventory rein da. Die Krapplinghooks gegen mich und die Hammer. So. Ich könnte ja mal probieren. Moment. War das jetzt 5? 5. Von... Da. Nach... Nach... Puh. Schön, wenn das alles rot ist. Ähm... Von da nach... Von da nach... Von da nach... Ich bräuchte irgendwo eine grüne Anzeige. Ja. Hm. So wird es mal nicht spannen, oder? Kein Endpunkt von der Zipplein. Genau. Bis wohin geht die? Oder ist es einfach zu lang? Weil da unten hätten wir es grün. Und da haben wir es nirgends mehr grün. Hm. Da kriegen wir es aber auch nicht grün. Haaaah. Haaaah. Das ist jetzt die Frage. Moment. Machen wir es nochmal anders. Was ist, wenn wir es sagen... Von... Hier? Nach. Gott. Von hier nach... Keine Ahnung. Alles rot. Das wäre grün. Ja, da drüben habe ich aber dann nichts zum Landen. Ähm. Ähm. Hm. Ja, es geht vom Winkel her nicht. Das ist mir schon klar. Gar nicht mehr so leicht. Hm. Gar nicht mehr so leicht. Ach, da wird es dann gehen. Okay. So. Probieren wir es mal da rüber. Ach, da wird es dann gehen. Ach. Nein. 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 Okay, gar nicht mehr so leicht. Irgendwann kriegen wir es hin. Ich möchte es nur noch einmal von da aus probieren. Ich überlege nur gerade, wie machen wir denn das? Da oben ist nicht auch ein Lootstrahl. Okay. Was ist, wenn wir da oben anfangen? Gut, das ist echt zu weit. Schade. Das ist doof. Und da runter ist ja auch nichts, oder? Also wenn wir jetzt hier reinhauen, könnte man dann irgendwo da unten ankommen. Nein. Alles zu weit. Da wird es natürlich gehen. Aber da geht es nirgendwo in den Winkel. So. Geht ja mal gar nicht so. Echt. Probiert es mal Wasser. Hier haben wir doch das Kabel darüber. Müsste doch gehen. Nein. Geht nicht. Okay. Und wenn ich jetzt sage, von hier... Ähm... Nehmen wir mal von da. Ist ja nicht so weit. Bis... Ah. Hierher? Und jetzt? I wäre weit. Okay. Ähm... Ich habe mir das Gefühl, das wird sowas von einem Absturz. Wo sind eigentlich meine Revenger? Da. Komm her, Rudelanführer. Okay. Okay. Da ist sie. Mhm. Muss ich das dazu in die Hand nehmen? Nein. Nein. Ich weiß, dass wir mit euch da drauf kommen. Bitte. Untertitelung des ZDF, 2020 Was war das jetzt mit Leertaste? Ah, mit Leertaste, okay. Jetzt möchte ich mal wissen, komme ich da wieder hoch? Ja, komme ich. Okay, gut. Hoch kann ich. Jetzt müssen wir nochmal schauen, wie ich da drauf komme. So. Bist du meiner? Nö, oder? Wo sind die anderen? Hat ja wunderbar geklappt. Er heilt. Wunderbar. Was willst du? Bienenhonig. Aha. Tja. Was mache ich jetzt? Tja. 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 Und zwei wollen nicht. Okay. Ist ja nur gut, dass man durchs Fernglas pfeifen kann. Gehen wir mal ein Stückchen weiter. Ah, da kommt einer. Gut. Dann sind es wenigstens drei. Ah, sehr gut. Der Rudelführer ist dabei. So, ihr folgt eh auch mir. Ja, gut. Dann machen wir das so. Hallo, Bulbdog. Was war denn das? Oh, jetzt sind alle drei da. Cool. Ähm. Wenn wir hier diese Zip-Line haben. Wie finde ich die übrigens wieder? Klappt das? Sollte man sich... ...kennzeichnen. Irgendwo da. Ich wollte ja schauen, ob ich einen Morshubs finde. Da ist sie. Gut. Sehr gut. Und alle da. Da unten gibt es Schadenszahlen. Boote und Gelber. Sieht so nach Toten Raptor aus, ja. Das war einer meiner vermissten Raptoren. Lass meinen Revenger leben. Nein, der eine ist tot. Gut. War der kleine, oder? Ich hoffe. Boah. Komm her. Okay. Also gut. Eine Revenger weniger. Okay. Warb so wild. Guter Palp-Dog. Das war wahrscheinlich der dritte Revenger. Okay. So, komm. Wir müssen deine Kumpanen suchen. Eins. Wo ist der Zweite? Ja, war doch jetzt nur einer. Oh, mein Bärenpflücker ist tot. Okay. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Wo ist der Zweite? Was ich schade finde, ist, dass er den 40er geschafft hat. Das heißt, er hat diesen... Oh, jetzt habe ich mir schon gedacht, einen Basilisk, aber es war nur ein Diplo. Da war doch gerade was Grünes eben. Komm mit. Toter Zweig. Totes... Toter Revenger. Da hätten wir Honig. Wollte nicht der eine Moschups vorher gerade Honig? Ich bilde es mir zumindest ein. Sollen wir uns ein bisschen Honig holen? Holen wir uns Honig. Wir können ja dann auch so eine Roll Rat probieren. Oh nee, nicht die Roll Rat. Kombo ist in der Honig. Okay. Roll Rat hinüber. Kommt mit. Schubsi, lass meine Ravager in Ruhe. Genau. Genau. Und ich habe Honig? Jawohl, fünf Stück. So. Wunderbar. Einmal noch was trinken. Und dann haben wir einen Balbdok. Nein, haben wir noch nicht. Wo ist er? Da ist er. So, komm her Rudelführer. Komm einfach mit. Da ist ein Balbdok auf dem Wasser. Okay. So, wir schwimmen jetzt nur darüber zu der Heilpflanze. Da waren wir doch erst. Okay. Lassen die Tierchen mal kurz durchheilen. Es geht alle drei. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich sage tschüss, tschau und baba. Bis dahin.